Ja hallo, servus und grüß euch. Herzlich willkommen zurück. Wir haben unsere erste Blutperle gefunden und hoffentlich zählt das als Mission Accomplished und wir können da raus. Oh, wo kommst du her? Wieso haben wir die nicht gesehen? Von oben? Was kann sein? Oh, da müssen wir auch oben aufpassen. Naja, gut. Naja, gut. Wir sind ein eingespieltes Team. Der ist guter Fremdling. Den behalten wir. So, jetzt sind wir aber eigentlich schon fast einmal im Kreis gelaufen. Hm, was sind wir jetzt? Hat das geblinkt? Nope. Hat's nischt. Ja, aber wir müssen eigentlich... Oh, was war das? Klang uncool. Wir müssen Oliver ja noch retten. Oder? Der hieß doch Oliver. Ich weiß nicht, ob er die Karte irgendwie... Ja, Meister. Bleib sitzen. Das kam überraschend. Okay, da unten ist einer, der schießen kann. Wollen wir heilen? Ich weiß es nicht. Kommt. Oh, Vorsicht. Da oben kleben so... Dinger drauf. Die vergiften uns unter Garantie wieder. Wir lassen die mal herkommen, den jungen Mann. Uh. Alter. Oh ja. Fremdling überlebt. Erledigt ihn. Wie kriegen wir denn die runter? Können wir einen Fernangriff starten? Ich weiß es nicht. Wir probieren es mal aus. Oh, es war ziemlich stylisch, aber ziemlich senseless. Wups, wups. Ich bin beeindruckt. Tja, das schaust. Was wir alles können. Wir können uns zwar nicht zaubern, aber wir sind cooler als du eigentlich. Das war gut geblieben. Das war gut geblieben. Ja, und da sollten wir nicht unterfallen. Wenn man richtig geht in das Labyrinth. Bleibst du liegen? Ja. Kommt man da drüber irgendwie? Die Kiste ist offen. Das heißt, da waren wir schon. Wir sind auf dem Weg raus, aber das heißt, Oliver sitzt jetzt noch irgendwo da unten. Wir können den ja nicht zurücklassen. Was haben wir da? Eine vollige Mistel. Karte wird auch produziert. So. Können wir. Gibt es eine Karte? Da, ja. Im Grossformat. Anzeige wechseln. Mhm. Aber ich wüsste jetzt nicht, wo wir Oliver zurückgelassen haben. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Gut. Das ist Licht aus der Überschrift. Ich weiß nicht. So, und das kenne ich aus dem damals GMP-Video, was ich vor Monaten gesehen habe. Ich glaube, es steht uns ein richtig geiler Bosskampf bevor. Oder unser erster Bosskampf. Ich fürchte nicht. Ich finde es. Ich weiß nicht. Ich komme nie zurück. Kasse deinen Vater ab. Oh, war das... ...Middle in the back? Hier geht's. Oh, der jankt ganz schön aus. So, das will ich. Ein bisschen Rockpowern. So. Shame, Geister. Hey. Ich seh doch nichts. So, wir heilen ihn. Scheiße. Ich glaube, ich hab's raus. Shit. Wir haben ihn. Also, blocken war keine gute Idee, aber das Durchrollen war ganz okay eigentlich. Oh, da ist wirklich das Middle in Weiß. Ich mag die, die hat uns quasi gerettet. Hihlo. By the way, both of you. All Revedents must pay a Levy. There are no exceptions. We are just pretty, too. Best to stay away from those stones. Anyone who touches them is defiled, transformed into the lost. Don't listen to their whispers. Someone has to be sacrificed. Nein, wir werden niemand sacrificen. Wollen wir das aufnehmen? Das war ein bisschen Fehler. Was? Wo war's? Du laut! Wie langt Belo halt! Wenn du vorst. Das ist nicht okay. Du kannst du visionary. Acialist ist nicht lustig. Ah, das ist nicht lustig. Was zur Hölle? Ich habe ein Spiel mehr gespielt, dass mir so oft Gänsehaut beschert, also im positiven Sinn. Ja, mir rennt die Gänsehaut über den Rücken runter. Richtig cool. Ist das eine Erinnerung an unser vorheriges Ich? Bitte lassen wir sie nur noch einmal halten. Wir werden es nicht machen, wenn Sie sie nehmen. Alle Revenen müssen eine Levee von Blutweins bezahlen. Es gibt keine Ärzte. Entschuldigung. Entschuldigung. Dad! Mutter! Niemand muss sich verabredet werden. Ohne Blutweins werden wir es nicht machen. Die wenige Menschen sind unter Kontrollen von Silber. Die Revenen wie wir sind, die sich für Blutweins verabredet werden. Die Revenen, die sich für Blutweins verabredet werden. Na ja, ich glaube, du liebst, was du liebst, oder? Na ja, das ist alles klar. Was wichtig ist, dass zumindest einer von uns das macht. Dies ist ein Erinnerung, Echo. Es ist ein Ort, in dem die losten Erinnerungen immer wandern. Komm, lass uns weitergehen. Wenn du diesen Weg benutzt, würde ich glaube, es sollte uns zurück in die Welt außer dieser Erinnerung bringen. Dies? Komm! Schade, ich dachte, sie erzähl uns noch etwas zusätzliches. Hallo, Unbekannter. Ist das das Leben eines der losten Erinnerungen? Nein. Doch, ist es. Du hast es ja selbst gehört und gesehen. Na gut, lass uns gehen. Oder lasst uns gehen. Ich bin mir sicher, wenn ich jetzt beginne, das vorzulesen, ist es wieder fertig und ich bin mitten im Satz irgendwo. Naja, ich lasse es bleiben, vielleicht cutte ich es raus. Ähm, aber so oder so, ich freue mich echt, wie es weitergeht. Was ist das? Was ist das? Es war eine Erinnerung, carved in die Vestige, von derjenige, von derjenige, die es verlassen hat. Ich habe nicht gedacht, dass ich mich getrennt in die Vestige, auch. Wir beide... ... in die Vestige. Wir haben beide... Ich kann das nicht glauben. Was ein Macht. Komm mit mir. Ich weiß ein Ort, wo wir uns stehen. Okay, die Frage ist, ob Berserker Überrest kehrt. Berserker Gut, Text gelesen, bevor er es durchgeladen hat. Ja, das mit den Wiedergängern. Das heißt, wir waren mal Mensch. Wir wurden mit diesen Bohrparasiten quasi verseucht. Okay. Okay. Ugly, ist es? Okay. 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 Let's go. Okay. Da ist ja der Nebel und... Naja, egal. Wir spielen Code Wayne. Stopp! Wir sehen uns mal um, was es da alles gibt. Hey du, zuerst reden wir mit ihr. And that my place is by your side. My name... I have no idea what it means. EO. Na dann, welcome EO. An meiner Seite. I'm not sure. It was simply decided. One does what must be done. And for me, that is my mission. To stay at your side. I'm not sure. One and for me. Okay. Ja genau, warum hast du diese Verbände? I was wounded, while I was searching for you. I am not a very capable fighter. Oh Mädel, pass auf dich auf. Wir können schon halbwegs auf uns selber aufpassen. Am Rande der Karte steht etwas. Sprich mit Luis, um weitere Informationen zu sammeln. Erkundungsziel. Bei mir will ich dich. Ich schaffe der war. Oh, das ist nichts passiert. kinnenklarer der Karte. Und ich bin keinem. Okay, ich muss die Box stoppen. I'm sorry, aber sonst Copyright und so und ich möchte nicht irgendwie Werbung eingeblendet bekommen. Hey du, bist du Tank Girl? Ja, zuerst erzählen, dass du einen Shop hast und mich dann wegschicken. Na dann, komm ich später nochmal. Aussehen anpassen? Wollen wir nicht, ich finde sie eigentlich richtig cool. Aber wir könnten das Aussehen speichern. Wie komme ich da jetzt wieder raus? Ja, lesen und so. Wer lesen kann, ist klar vom Vorteil. Wo kann man da hin? Zur Quelle gehen? Notiz. Saisonkartenbonus, Alternative Mia Weiß. Sprich mit der Gestalt im unterirdischen Lager, damit der Saisonkarten NSC Alternative Mia Weiß, die als Partner zur Seite steht. Astrea, du kannst den, oh Lady Astrea, Demon's Souls, okay sorry. Du kannst den Saisonkarten Blutcode Astrea im unterirdischen Lager für dich beanspruchen. Keine Ahnung, habe ich irgendwie eine Special Edition gekauft wahrscheinlich? I don't know, oder ist das standardmäßig so? Wer bist du? Waffenhändler. Ich will nicht mit Louis reden, ah, du bist die Waffenhändlerin, unter Garantie. Hey du. Kann ich jetzt kaufen? Ja, nachdem du, die wollen alle, dass ich vorher mit Louis rede und, ja, nettes, typisch, übertriebenes Waffenarsenal. Wer bist du? Du bist nicht Louis. There you are. The Remnant that Louis sees so much potential in. I'm Davis. I go around for the provisional government as part of the investigation into the depths. Just as a warning, try not to stir up any trouble. If you do, I won't be able to do my job and, well, you get it, right? Yes, sir. Da habe ich wieder Musikwiedergabe starten. Ich werde es nicht starten, wobei, jetzt ist es auch schon egal. Ich starte es mal kurz und stoppe es dann gleich wieder. Ist das der gleiche Song? Yo. Boss fight. Ich wollte doch, also Training beenden. Cool, wir können trainieren. Da wollte ich eigentlich her. Beim Mistel ausruhen. Wir können sicher irgendwie Stufen aufsteigen. Acht Stufen. Also auf Stufe acht. Ja, ich würde sagen, wir machen das, oder? Kann nicht schaden. Na gut, 21 Minuten. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Wir reden in der nächsten Folge mit Louis. Und seht uns dann an, was wir dann alles können, nachdem wir mit Louis geredet haben. Beziehungsweise 630. Die können wir jetzt auch noch rausballern. Glaube ich. 5 von 5. Da können wir nichts erweitern. Da auch nicht, aber da. Oder? Nö. Benötigte Werte. Stärke. B. Berserker. Zauberwirkerer. Ich würde ja gerne vielleicht auch... Ja, Ranger. Bestens geeignet, um mit Talent Unterstützung und Verteidigungspony zu gewähren. Auf mächtigen Angriffstalente spezialisiert. Das wäre schon cool. Zauberwirker. Hohe Stärke und Beständigkeit. Ichikor-Mangel lässt sich mit der schweren Rüstung ausgleichen. Berserker ist auch irgendwie geil. Kann erlernt werden. Drachensatz. Spring für einen Angriff von oben vor. Ich kann mich nicht entscheiden, aber Zauberwirker. Feuriges Gebrüll. Dunkle Impulse. Erhöht die Wirkung von dunklen Talenten, während du fokussiert bist. Ja, das mit Fokussieren habe ich, glaube ich, kein einziges Mal ausprobiert. Ich weiß nicht, wie man fokussiert. Erhöht den Entzugswert von Waffenangriffen. Feuriges Gebrüll. Schießt eine starke... Nehme... So, na gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Würde mich freuen. Noch mehr, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Ich bin draußen für heute. Ich wünsche euch was. So. Ciao, Baba.